ähm ich glaube englisch kannst du noch nicht ok er hat nochmal ganz kurz das meme rausgehauen ihr kennt ja das meme sagen dass wir über ein richtig schlechter Song machen wir mal ein Dislike wenn er ein ich weiß nicht wie lange ich das noch machen soll am Ende verliere ich wieder meine Stimme weil ich wieder am Ende nicht reden kann Freunde in dem heutigen Video real reagieren wir auf Arnis Spaß wir reagieren auf Arnis Pro 2023 Pro äh Plionic offiziell Music Video und ja Freunde Arnis hat einen Song rausgebracht und hat eigentlich schon mehrere und Glückwunsch ist mir noch ganz kurz für die 400 Abonnenten wie ihr da unten seht und ja wir reagieren auf Happy New Year ähm 2023 Song und ich sage nur so also es ist einfach echt schlecht nein Spaß ähm ich habe mir schon mal angehört und es war eine Live Premiere ihr seht vor 23 Stunden also es war sogar noch am 31. Dezember wahrscheinlich wird das Video am 3. Januar 2023 rauskommen also ich weiß nicht genau also ich denke gestern kam für euch ein Adopt Me Video aber ich weiß nicht genau wann ich das Ganze rausbringe auf jeden Fall würde ich sagen 3, 2, 1 und go übrigens alles wenn du dieses Video siehst große Kinder für mich raus war und go für einen Kack Song und ja let's machen wir größer und nein interessiert mich nicht go yeah ich mach mal leiser 2023 2023 ja genau Anis dieses Jahr haben wir excuse me wir haben 2023 okay er hat nochmal ganz kurzes Meme rausgehauen ihr kennt ja dieses Meme excuse me wir haben 2022 und dieses Meme hat er nochmal bearbeitet und hat dann gesagt excuse me wir haben 2023 mal schauen ob es ein neues Meme 2023 geben wird mal sehen boah ja gestern ich war bei meiner Oma also für euch ist es jetzt drei Tage her also ich war auf jeden Fall um 31 bei meiner Oma und ihr glaubt gar nicht was da alles gezündet wurde China-Böller Raketen ähm da waren dann auch so drei Jugendliche die haben da komplett alles weggehext ähm da wurden sogar Sachen beschädigt teilweise also wirklich die haben rumgeböllert wie keine Ahnung wie welche also es ist ein geisteskrank okay sehr sehr krass also wirklich gestern ging es komplett ab ich bin erst um drei Uhr oder so eingeschlafen weil ich konnte einfach nicht mehr die haben so rumgeknöllert das heißt gebellert aber egal okay ja 2023 ja das find ich nice ich beller hier ich beller da ja es ist einfach mega geil aber Anis jetzt eine Frage an dich hast du wirklich gebellert also hast du wirklich so mitgefeiert ich muss sagen ich nicht so ich war auf meiner Oma und hab erst mal gechillt hab das Video für den äh Roblox-Kanal äh gemacht den ihr gerne abchecken könnt ja Link dazu in der Videobeschreibung ansonsten ja also Anis hast du da wirklich hast du auch mal ein paar Knaller in die Luft gesprengt also ich muss sagen ich hab's auch mal gemacht also ja ich bin nicht ganz so unschuldig ich hab nichts verstanden ist endlich am Start ja es ist endlich am Start aber ich hab keine Ahnung wer auf 2023 wartet ich hab nicht drauf gewartet ich war froh dass ich noch 2022 genießen konnte auch wenn das ja nicht ganz so gut war ich vermisse es jetzt schon das coolste Jahr hm weiß ich nicht kann sein aber mal sehen ich denke das Jahr wird nice aber wir werden's ja noch sehen Freunde auf jeden Fall geh ich raus ja auf jeden Fall geh ich raus ja ich weiß zwar nicht was das mit rausgehen zu tun hat aber okay und machen viel Blödsinn ja ja und das ist doch das coolste an 2029 ey das können wir doch 2022 und 2021 auch machen naja egal muss ja nicht logisch sein der Song die Umgegung finde ich geil aber ich weiß dass die aus TTC 3 ist in Roblox Game Billen hier Billen da ja ja das ist das coolste ja ja er ist auf jeden Fall den Song er ist auf jeden Fall nice ja 2023 Junge übertreib doch wie oft willst du denn noch schallen 2023 2023 ja also das ist 2023 genau mega geil ja ja es ist aber nur so geil ja ja ich geh raus ich geh raus und ich mach ihn hallo äh ja ja musst du uns sagen das ist ein richtig schlechter Song oder mal gedisliked wenn er einen Spaß ich freu mich nicht über 2023 2023 wird dumm hä wie bitte nein 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 2023 ist cool mhm ich dachte nämlich gerade hö mit einmal wechselt er das Thema er sagt so das wird gar nicht geil mit einmal wechselt hä okay ja ja ich bin da hier ich bin da ja ja und es ist einfach mega geil ja ja 3000 ich muss sagen der Beach hat halt schon rein ne also Arnie ist sehr krass yeah this is very nice let's go bro okay kann ich nochmal ganz kurz diesen anfangen warte mal warte mal warte mal this is very nice nein ich will nochmal das mit seinen Namen hören nein nein 2023 ist cool ich bin da hier ich bin da ja ja und es ist einfach mega geil ja ja 2023 let's go this is very nice let's go bro my name is Arnie ja 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 this is 2023 und ist mega geil Arnie ich glaube englisch kannst du noch nicht das ist 2023 heißt ähm warte mal 20 ich kann es selber nicht ähm ich glaube englisch kannst du noch nicht äh wir übersetzen es einfach mal schau mal was übersetzt heißt 2023 2023 äh genau äh wusste ich aus dem Kopf ja ja hab ich gar nicht geholt okay ich würde sagen machen wir weiter 2023 und ist mega geil seht ihr das auch hier oben müsst ihr mal drauf achten wenn der Beat schallert schaut mal oben seht ihr das rote hier und ist mega geil einfach so übelst krass let's go das war's okay ich muss sagen sehr 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 kacke also da muss man auf jeden Fall was tun dann Spaß und ja ich schreibe mal fühle es so schreibe ich nicht hin tja Pech gehabt ja okay Freunde aber ich hoffe euch hat dieses diese Reaktion gefallen checkt den Zwang gerne mal aus Link dazu in der Videobeschreibung damit ich flink kann kopiere ich mir den mal ganz schnell Link dazu wie gesagt in der Videobeschreibung und ciao äh Leute